Und dann Patti spielen. Auf geht's. Geht es gegen Ercee Anderlecht. Ja, Jatta muss erstmal vorne spielen, aber er sollte nicht hier mehr auf der rechten Seite als hier. Zomberi bleibt draußen. Jo. Ich würde sagen, ich würde sogar nochmal zu holen mitnehmen. Der kann dann auch nochmal spielen. Und dann gehen wir rein ins Spiel. Schauen wir mal, wie die Partie wird. Oh. Oh Gott, ist das laut. Da, Jürgen Klopp, da haben wir ihn. Aber auch cool mit dem Bus hier sehe ich gerade. Nice. Der HSV Express. So. Und let's go. Reins Testspiel. Im Waldstadion. Kennt man ja. Gegen Ercee Anderlecht. So. Oh, die Maus packt auch wieder rum. Super. Aber egal. Auf geht's. In der HSV Karriere. Ja, hier regiert der HSV. Boah, Banish. Super. Dombé. 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 Schade. Schade. Schade, schade. Heim. Dombé. Jadda. Finish. Königsdörfer. Schade. Erste. Erste. Wichtige. Möbel. Ich glaube. Komm, schön Druck machen hier. Druck machen. Okay. Fans machen Stimmung. Das ist gut. Banish. Königsdörfer. Keine Ah, schade. Lologe 3. Nein. Glatze. Nein. Königsdörfer. Wir bleiben dran. Das ist gut. Weiß. Oh, nee. Weg. So, Delcour. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Uh, wo ist der Pfeil? Ach, hier. Ja, Jürgen Klopp, Hamburg. Erster Eindruck. Neue Formation mit 4-4... Äh, 4-4-2, vor allem. 4-2-4. Erstmal. Mein eigentliches Ziel ist der 4-4-2. Aber Tim Kleidienst ist ja noch nicht da. Dann müssen wir ja erstmal warten. Und die Übergangslösung fällt. Die Scholausführer. Ah. Nicht gut. Ähm, nein. Ja, Vuzkovic. Schön, nein. Oh, Reis. Nein, nicht super. Ah, nein. Das ist ein Chaos. Hier und der geht knapp vorbei. Ah. Mal gucken, wie er sich jetzt neu in Nummer 1 schlagen wird. Ah. Glatze. Setz dich durch. Und der ist super quergelegen. Und der ist drin. 1-0. Wunderbar. Wunderbar. Was ist hier mit? Super gemacht. Ja, hier sehen wir es schon mal. Ja, Glatze link quer. Ja, da musst du nur noch einen schieben. Super. Ja. Bagger, ich hatte. Nein. Ach, 10. Genau so. Ah, nicht gut. Ruheim. Nein. Ruhe 3. Schön. Glatze. Ja, da. Königsdörfer. Königsdörfer. Schön gemacht. Jatta 2-0. Jatta und Feuer. Gemacht vom Königsdörfer. Hat den Überblick. Macht das super. Jatta verwandelt ihn 1-8. Nice. Schnelles 2-0. Super. Hauptstart. Ja. Na, Ruheimlauf. Schoenau. Dann so erstmal auf Stefan Raab. Äh, Stefan. Warum sag ich mal Stefan Raab, ey? Bin das echt so gewohnt hier. Wo ist Matteo Raab, meine ich natürlich. Soll ich das aber zu noch falsch sagen? Es tut mir leid. Ich mach das hier mit dazu jetzt so geladen. Oder wenn es. Komm, der kann es mal probieren. Schade. Aber hier ist die Ecke. Okay, neue Ecke betrunken. Marschall. Vanish. Muscovill. Schade. Ja, Dom P. Der ist ja auch neu beim HSV. Okay. Okay. Ah, egal. Jetzt spielen sie eh dahin. Dieser Pfeil manchmal hier so. Oh, faul. Hier oben im Gelb. Drei Schuss Grammann hat gelb bekommen. Eine Minute nach Spitzzeit. Die müsste jetzt auch gleich gut sein. Viel pass war nicht gut. Ist auch um. Halbzeit. Ja, an sich ist das doch mal ein wunderschöner Auftakt. Hier mit einem 2 zu 0. Ich mach mal schnell weiter hier so. Stand jetzt mit einem 2 zu 0. Schön Auftakt. Also super. Fans machen Stimmung. Aber ich will mal mehr. Uh, da wollte ich gar nicht hin. Egal. Nein. Ah, schade. Ah, hoch da. Jawoll. Banish. Und Ludovid reißt schon. In die Arme des Kiebers. Quam. Brücke. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Den Naya nach Leberkübers. Okay. Quam. Ja, in die Arme von Waden. Super. Weiß. Auf Dach B. Schau, liegt auf P. Schade. Königs Dörfer. Königs Dörfer. Weiß. Platz ist. Probiert's. Platz ist. Schade. Banish runter. Ich bring mal Leibold. Ja. Klopfen gibt Leibold nochmal. Weiß. Muss das sein. Ich find das geil mit den reellen Trainer, dass man das machen kann. Aber man kann natürlich auch, wie man ja vorgesehen hat, den üblichen. Tarekter ja auch selbst erstellen. So. Königs Dörfer. Weiß. Dombe. Reden nochmal. Warte. Reiß runter. Ich bring mal zu hohen. Okay. Der Gegner wechselt auch nochmal. Die selbe zu hohen. Kommt Reiß rein. Dombe. Ah. Okay. Marsch ab. Halb. Noch B. Ah. Voll eigentlich querlieg, flach dran, aber ja. Verdrückt. So, ich bring mal Soberi. Hö, wo's gut geht. Mit nem Start von 2.0 kann man's ja machen. Übrigens, ich glaub, bei Vorbereitungsturnier kann man ja, glaub ich, sogar sieben Wechsel machen. Okay, nice. Danke für den Einwurf. Königsdörfer. Leibold. Doch, weh. Schade. Ja, der ärgert sich Kloppo. Da wird aus dem Kloppo ganz schnell Moppo. So, Mohalm. Zum Beri. Mal zurück zu Wab. Ja. Boah. Bauspiel, Vorteil. Ja. Freistoß aus. Keine Karte, saß in Schiedsrichter. Freistoß kurz ausgeführt. Weiter geht's. Uh, abgefälscht. Mist. Mist. So, los, Schullau, lauf. Abruf zu gegen Schullau. Äh. Aber das ist abseits. Zonen. Boah, das war knapp. 3 Volt. Foul. Ja. Boah, schön gemacht. Nein. Oh. Das war eine gute Idee gewesen. Boot. Heim. Boah, schön. Platz, komm auf Jungen, Königsdörfer, los, los Königsdörfer, los, Außennetz, das gibt's nicht, die Anderlecht wechselt derweil nochmal, Esposito fürs Silber, den hat Dom P, der ist so hoch, von der zweiten Reihe geschossen, und die wechseln nochmal, aber es sieht gut aus, und sogar zu 0, das wäre ja ein Traumstart, Uheim, kriegt ihn Dom P, Dom P, schön Leibold, Königsdörfer, Leibold, schön, 20, Traumstart, 2-0, kann man mal feiern, stark, 1,2, 0, geht so aufgrund der Muckel, jetzt gebe ich das jetzt hier mal ganz schnell weg, hier, bevor das hier noch weitere Problematiken gibt, hier, so, so, Leicke, 1-0 gegen Gen, und so schnell kann ich nicht lesen, na, ist Traumstart, Tabelle, logischerweise erster, können wir mal weitermachen, so, und dann kommen wir hier zu den weiteren Transferangeboten, Muckel, ja, den möchte ich loswerden, aber gerne mit bisschen mehr, wenn es geht, Kleindienst kommen wir gleich, erst mal hier, David, okay, habe ich anscheinend noch nicht weggemacht, so, aber dann Übereinkommen zu Kleindienst, 2,7, ja, nehmen wir an, delegieren, einfach mal hier seit Wochen gehalten, ich hoffe, den können wir bald begrüßen, vielleicht sogar vor dem nächsten Spiel hier, Trainingseinheit, können wir aber nochmal simulieren, oh Gott, jetzt kommen die ganzen Scout Abschlussberichte, okay, Michael, so, jetzt ein Pulli, was passiert jetzt, oh, was passiert denn jetzt, oh, eine neue Sequenz, nice, das ist, glaube ich, der Abgang von Jonas David hier, Jürgen Klopp mit dabei, der, keine Ahnung, Fitnesscoach oder Co-Tainer, aber wie cool ist das bitte gemacht, Adios, Jonas David, tschüss, aber wie cool, nice, ja, aber die Arbeit geht ja schließlich weiter, und Jürgen Klopp leicht happy, so,